Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge der Dauerschleife oder die Dauerschleife. Heute mit was ganz Besonderem. Ihr seht, es sieht ein bisschen anders aus als sonst. Außerdem ist es ziemlich ruhig. Ich mach mal den Motor an. Kleinen Moment. Oha, klingt doch schon was dieseliger, oder? Ich mach mal eben hier so ein bisschen. Was könnte das denn wohl sein? Wartet mal. Und zack, bam! Sieht das nicht scharf aus? Ein riesiger Truck hier in R-Faktor quasi. Und ja, mal eben hier ins Cockpit gehen. Hupe ist natürlich auch am Start. Da geht's schon los eigentlich. Wir haben so ein gutes Pfund Power unter der Haube. Und ich denke mal, wir starten direkt in eine Runde auf der Nordschleife. Ihr seht, dritter Gang. Wir legen einfach mal los. Es geht quer, was das Zeug hält. Wir haben so circa 1200 PS unter dem Hintern. Und die Kenner haben es natürlich schon gemerkt, es ist nicht R-Faktor. Wir spielen Formula Truck 2013. Ein neues Game, relativ neu, von der Firma Reitzer Studios. Oder von den Reitzer Studios, die auch schon Game Stalker entwickelt haben. Und wo der gute Nils Heusinkfeld für die, oder Nils Heusinkfeld heißt er eigentlich, für die Fahrphysik zuständig ist. Und das merkt man ja auch so ein bisschen. Man hat hier quasi ein Honda NSX unterm Arsch. Mit so, naja, 1300 PS und circa 5 Tonnen. Ja, das heißt, wir wiegen über 4900 Kilogramm. Und das heißt für uns natürlich, früh bremsen, früh bremsen und nochmal wieder früh bremsen. Früher auch runterschalten, obwohl die ersten drei Gänge nicht so schwer übersetzt sind, nicht so stark übersetzt sind. Aber dann kann es hier auch losgehen und wir driften hier mal gepflegt durch die Gegend. Das ist wirklich ein echtes Abenteuer hier in der Karre. In der Karre, in Anführungszeichen. In diesem Kahn, in diesem LKW, in diesem Schiff. Aber ich hoffe, wir können trotzdem mal einigermaßen Zeit hier irgendwie hinknallen auf der Nordschleife. Starkes Untersteuern. Ich habe mir den Lenkwinkel auch unmenschlich hochgeballert, glaube ich. Der steht auf circa 30 Grad und ich habe 900 Grad eingestellt. Das heißt, da ist wirklich einiges zu holen für uns. Und dementsprechend können wir den auch im Drift dann einfangen. Ich weiß nicht, ob es realistisch ist. Ich kenne mich mit Trucks nicht so aus, wie ihr euch bestimmt denkt. Aber, ja, wir machen das einfach mal so. Und da sehen wir schon das erste Mal grün. Aber wir haben natürlich einen Rallye-Truck, der einfach mal so ins Übersteuern gerät hier. Jawohl. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2. Wir haben uns eine Werkstatt in der Eifel gekauft und uns einen kleinen Renntruck aufgerüstet. Nein, Quatsch. Aber wäre doch mal eine witzige Mod-Idee für den Euro Truck Simulator. Boah, und wie der Kahn hier abgeht. Das ist unfassbar. Zack, wir fahren 200. Hier gehen wir leicht in die Luft. Jawohl. Wir müssen aber auf jeden Fall runterbremsen. Oh, sind noch sehr schnell. Aber das passt gerade eben noch durch den hohen Lenkwinkel auch sehr oft sehr starkes Untersteuern. Und ich muss dazu sagen, die Strecke ist hier als Mod nachträglich hinzugefügt worden. Also ist nicht standardmäßig im Spiel mit drin. Aber wie gesagt, ist halt alles hier so R-Faktor-Basis. Sieht man ja auch dieselbe Engine. Selbe Anzeigen zumindest ähnlich. Wir haben eine Minimap. Das ist neu. Das gibt es nicht in R-Faktor. Mal eben gucken, wie schnell wir hier durch die Kurve können. Und ich gehe mal lieber in den vierten. Jawohl. Dann können wir hier nämlich schön aufs Gas treten und uns rausdrehen. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Ja, erster Unfall. Hier in unserem Truck, der natürlich unverwüstlich ist. Zack, zweiter Unfall. Sehr schön. Boah, ich gehe direkt mal in den dritten und kann da auch mit Vollgas hier locker rausbeschleunigen und die Reifen drehen auch durch. Hinter uns qualmt es. Ich kann es leider nicht zeigen, weil dann sehen wir das, wenn ich nach hinten gucke. Guckt man schön in die Kopfstütze, was natürlich auch super ist, ne? So, wir konzentrieren uns aber mal weiterhin oder überhaupt erstmal, um nicht noch einen Unfall zu bauen. Ich will ja eine schöne Zeit hinfahren. Und das ist natürlich jetzt schon hinfällig, aber ein bisschen können wir noch retten hier, glaube ich. Unter einem dritten. Wie der aber immer in den Drift will, ist schon echt Sahne. Das ist richtig geil. Für, für einen scheiß 5 Tonnen LKW, ja? Ich meine, wir reden hier ja nicht über einen 350Z oder so. Wenn man sich überlegt, dass damit richtige Rennen gefahren werden, das ist doch schon hardcore 20 LKWs auf einer Strecke, die sich dann betteln und alle halt mal locker über 1000 PS haben. So was machen die natürlich nicht, weil das kostet Zeit. Aber bei denen geht es dann doch schon wohl ab, würde ich mal sagen. Ich muss aber auch sagen, wir haben die leistungsstärkste Variante, beziehungsweise den leistungsstärksten Truck hier im Spiel. Die anderen haben irgendwie 100, 200 PS weniger, sind dafür aber ein bisschen leichter. Naja, und wir haben dafür halt ein bisschen mehr Power. Ist aber auch gar nicht so schlimm, dann fallen mir solche Spielchen hier leichter. Sehr schön. Ja, grafisch hat sich natürlich nicht viel getan im Vergleich zu R-Faktor. Ist halt immer noch dieselbe Engine. Ich finde die Kantenglättung irgendwie ein bisschen seltsam. Ich habe da schon ein bisschen rumgespielt, aber finde noch nicht das schönste Ergebnis. Da gibt es doch bestimmt auch noch irgendwo einen Tweak oder so, den ich noch nicht rausgefunden habe. Müsste man sich mal erkundigen. Aber, naja, grafisch haben wir halt eh nicht viel zu erwarten. Hier geht es auch eher ums Fahrerlebnis. Und das ist schon echt atemberaubend. Und ich bin schon ein bisschen paranoid, weil man muss so langsam fahren. Das einzige Problem ist bei dieser Karre wirklich nur die Bremse oder die Bremsen, ja, oder das Gewicht dann vielmehr, weil die Bremsen sind wahrscheinlich mega monströs stark. Aber wir haben halt trotzdem nochmal verdammte 5 Tonnen unterm Arsch. Oder, ja doch, quasi unterm Arsch, der ziemlich hoch sitzt, den wir ziemlich hoch gehängt haben in dieser Karre. Am 5. zurück. Naja, und das ist halt das Problem, ne. Da musst du in jeder Kurve halt richtig früh bremsen und kannst nur sehr langsam durch die Kurve. Das Fahrverhalten in der Kurve ist eigentlich super. Das hat schon fast Rennwagen-Züge. Und, ja, die Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit wäre eigentlich auch. Wir haben schon gerade gesehen, auf der Döttinger Höhe über 240 erreicht. Das einzige Problem ist wirklich nur, die Kurven langsam genug zu fahren. Boah, das war schon wieder knapp hier. Oh, hier sind wir sehr fix reingekommen, aber das haut noch hin. Das haut sogar noch sehr gut hin, würde ich sagen. Oh, ich freue mich so auf die Wiederholung. Und durchs Karussell. Wir fahren mal unten lang. Huch, jetzt bin ich hier auf die Taste gekommen. Na, na, na. Jawohl. Das geht noch. Das könnte ich eben mal ausmachen hier eigentlich für euch. So. Und das können wir eigentlich auch mal ausmachen, oder? Ich meine, wir sehen ja genug. Die Zeit blende ich eh ein. Boah. Boah, selbst im fünften Gang hat er hier noch Tendenzen zum Übersteuern. Auf dem Gaspedal. Ich meine, es sind auch natürlich 1300 PS, ja. Was will man da erwarten? Da ist natürlich in jedem Gang Übersteuern geboten eigentlich, wenn man in der Kurve ist. Und da ein bisschen mit dem Gas übertreibt. Also, es ist schon echt geil. Ich muss sagen, das Force Feedback ist nicht ganz so cool. Irgendwie fehlt da so ein bisschen die Feineinstellungsmöglichkeit. Weil, ähm, man kann es halt nur in der Intensität einstellen. Ist nicht so wie beim Real Feel Plugin für Airfaktor, dass man da noch rumspielen kann, wie hart die Dämpfung oder die Federung sein soll. Ja, es ist halt nur die Stärke. Und ich musste da ziemlich weit runter gehen, weil es sonst bei den Drifts immer sehr stark gerasselt hat. Ähm, geklappert. Und gerasselt. Also, es waren sehr laute, starke Nebengeräusche. Boah. Naja, und das konnte ich halt so nicht, da konnte ich nicht mit aufnehmen. Das wäre auch viel zu laut und viel zu nervig gewesen. Uh, ne, das gibt's doch gar nicht. Das zweite Mal von der Strecke abgekommen. Naja, auf jeden Fall habe ich die Force Feedback-Effekte jetzt so weit runtergestellt, dass es uns nicht beeinflusst. Ich habe natürlich auch jetzt wenig Force Feedback und wenig Sprit mitgenommen, wie ich gerade sehe. Das ist vielleicht nicht ganz so klug gewesen. Da habe ich vorher echt nicht dran gedacht. Boah, ich fahre jetzt einfach mal ohne Rücksicht auf Verluste. Ich weiß nicht, vielleicht bleiben wir gleich liegen. Aber ich hoffe mal, wir haben noch ein bisschen Reserve. Alter. Da blinkt es aber auch schon gelb in unserem kleinen Display vorne im Cockpit. Allerdings ist die Runde natürlich auch gleich vorbei. Hier müssen wir mal ein bisschen langsamer werden. Jawohl. Boah, Alter. Vierten Gang, ganz ein bisschen das Gas gestreichelt. Und schon kommt der leichte Hintern hier. Liegt vielleicht auch echt daran, dass die Gewichtsverteilung so beschissen ist, möchte ich mal sagen. Hinten, wo der Antrieb liegt, haben wir gar kein Gewicht. Und ich komme hier gar nicht vom Gras runter. Und vorne auf der Lenkachse haben wir quasi das ganze Gewicht. Weil einfach mal die Fahrerkabine vorne sitzt. Jawohl. Da haben wir die erste Runde doch noch irgendwie geschafft. Trotz kein Sprit. Gucken wir mal eben hier rein. Wir haben noch vier Liter. Das seht ihr unten unter der 6 quasi oder über der Geschwindigkeitsanzeige. Und die geht gleich bestimmt auf 3 runter. Und dann auf 2 und dann auf 1. Und kurz vor Ziel bleiben wir liegen. Ne, es scheint noch hinzuhauen. Da geht es auf 3. Aber wir schaffen schon mal eine schöne Runde. Und ich glaube, das reicht auch erstmal als Testeindruck hier für Formula Truck 2013. Soll ja auch eigentlich mehr so ein Spaßvideo jetzt gewesen sein, ne? Meint man ja nicht ernst. Aber auf die Zeit bin ich trotzdem mal gespannt. Und ich bremse mal hier ganz langsam raus, weil uns gleich eh der Sprit ausgeht. Und wir fahren vielleicht da vorne hinten in die Box. Die Geräusche sind auch mega geil. Und dann hier halt das rumdriften. Wenn man es denn kann, wenn man früh genug gegenlenkt. Ich wollte natürlich hier hin. Das war alles geplant und alles Absicht. Genau, hier wollte ich hin in die Box, ne? Und für so ein LKW verdammt geile Beschleunigung, muss ich mal sagen. Nicht schlecht, Herr Specht. Da haben die Leute, die ja in echt racen, bestimmt eine Menge Spaß. So, und wir bleiben hier mal stehen. Wir halten hier an. Gucken wir mal noch kurz von außen, wie der aussieht. Das ist echt schon ein geiles Monster, ne? Das hat schon was. Naja, alles klar. Das war es, meine Lieben. Bis zur nächsten Folge, die Dauerschleife. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss. Ach ja, falls ihr Bock auf Gran Turismo 6 habt, schaut doch mal beim TG Enjoyment Kanal vorbei. Dort gibt es fünf Schritte von mir, wie ihr auf jeden Fall in Gran Turismo 6 siegreich jedes Rennen beendet. Außerdem gibt es auf meinem Kanal hier noch ein Gran Turismo 6 Let's Play. Das könnt ihr euch auch gerne mal reinziehen, so wie die ganzen anderen Videos. Aber das kennt ihr ja. Ich verlinke mal die Sachen hier. Alles klar, bis dann.